Und wir kommen zurück auf dem Pausenhof der Schule von Berizzino. Der siehe 20 Uhr, ist der Pausenhof hier, oder? Große Pause, da wo die Kinder während der Pausen zum Arbeiten hingehen müssen. Genau, Drogen verkaufen. Na klar. Ja, wir haben den Server gewechselt, weil wir den Rat bekommen haben, dass hier nichts mehr los ist. Genau. Wir wollen, dass hier was los ist. Dafür sind wir ja da. Hab geile Hosen an. Hab überlegt, sind die besser als keine? Besser als Ruined auf jeden Fall. Sieht zwar aus wie Scheiße, aber das macht doch nichts. Fickt euch. Schickt euch ins Knie einfach mal. Ja, sie auszieht, Alter. Das sieht wirklich aus wie so ein Heckenkenne, Alter. Wie so ein Punker, Alter. Halt die Fresse, ich suche mir jetzt Hosen. Ich bin Daniel, ich bin eingeschnappt. Jetzt mal alle Hosen schnell wegsnacken, die hier oben rumliegen. Die Backen. Aber ich denke mal, Piano House ist eine gute Adresse. Hast du auch eine Postleitzahl? Nee. 1, 4, 1. Menki, was? Was? 5, 5, 5, 5, 3, 8, 3. Hier geht's los mit der großen Schweinerei. Ruf mich an. Ich bin ein Mongo. Da liegt ne Hose. Legt da ne frische Hose oder was? Ist der Stress? Weg hier, Alter. Wenn einer von euch ne Hose snackt. Da ist keine Hose. Da ist doch... Du hast doch eine an. Ach, deine ist auch ruined, du Bongo. ja normal ist doch egal ist doch egal paper gefunden oh das ist sehr gut ich stehe aber sowieso nur wegen Hackern und ein Stift echt? im Piano aus oder was? ja das ist eine Falle pass auf Patrick da hätte ich mich niemals Lauf ihn hoch ok ok warte 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 hast du die Funken da gesehen an der Wand? ja krass wow mega warum ich die Pumpgun lebe sagste ja legst du den jetzt auch hin oder nicht? weh den achso willst du haben? ja ich leg sie unten hin ich find's geil wenn die Treppen hochgehen weißt du wow oh nice die ist äh mittlerweile tot glaub ich auch ähm brauchst du nein brauchst du noch Munition für die Shotgun? ja bitte warum nicht dankeschön kannst du nicht was in der geraden Zahl geben? ja warte Gott was ist der für Wünschart wieder ja wie lang denn noch? ne das geht nicht komm hier nimm mal das ist gerade 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 ich bin Patrick ja ok jetzt passt es dankeschön brauchst du noch mehr? oh ne alter 40 Schuss 42 insgesamt fett sehr nice ich hätte noch 17 Eckhaus 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 clear clear oben clear ok rauf 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 zieh doch mal die Waffe Junge ok geil wenn wir nachher noch das Devils Castle Event haben muss ich doch nochmal meine Kleidung überdenken es wird mir sehr schwer verhalten mich von meinem jetzigen Outfit zu trennen muss ich sagen abgesehen von der Hose aber Sneaky Beaky ist natürlich doch nochmal ein bisschen was anderes wenn es im Wald stattfindet doch schon meinste? das stimmt das stimmt do we rushing in or do we sneaky wiki like ja irgendwie so auch ne ja wie liegt ein walkie talkie? das ja gerne mal ausprobieren hier liegt auch eins nimm das ruhig mal mit und wir mal zwei Batterien finden ich habe keinen Platz mehr geil scheich nur ey wie überall ich wollte gerade sagen Streichhölzer was ist das? da oben ist noch ein Rope the bible the bible king james version aber wie wie man hier Streichhölzer findet wenn man sie nicht braucht ne das ist doch überall so ok go in die Innenstadt go do 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 dod vocabulary okay okay Verstanden go Wir sind aber nicht die Ersten hier kommst du da raus? weil hier Sachen in der Luft rum schweben das ist eigentlich nicht der fall Hallo Eine viel zu wenig genutzte Funktion, finde ich, ist das Gehen in Daisy. Man kann ja, wenn man Shift gedrückt hält, glaube ich, oder Doppel-Shift drückt, so langsam gehen. Na gut, dann machen wir das doch, meine Folge. Komm, Challenge. Das erinnert mich an so eine Folge. Wie rennt ihr denn so schnell? Ja, komm, halt die Backen. Eine von den allerersten war das, ne? Die Folge 10 oder was. Als ich es nicht gecheckt habe, wie man quasi so rennt so trabt. Ja, Daniel ist entweder gegangen oder schnell gerannt, eins von beiden. Ja, das ging anders nicht, ohne Witz. Die Kings in der Factory jetzt, oder was? Ja, die Kings in der Factory, ja. Yeah, guck dir das mal an. Oh, shit. Das sieht schon geil aus, wenn man so unterwegs ist. Das ist viel gestoßen an der Kiste, scheiße. Yeah. Yeah. Kommt dann aus der Tür raus, Alter. Geil. Ja, durch die Wände glitschen kann ich nicht. Ach so, wer kann denn das? Kann man bestimmt mit so einem Programm. Ja, man kann das auch mit Craps. Okay. Krisengebiet, Freunde. Ja, es ist jetzt ab. Ich würde sagen, Krisenherd. Krisenherd, Krisengebiet. Wie auch immer. Weiß nicht, also es kann ja sein, dass auch ein Hacker schon hier war und irgendwie alles mal ein bisschen gecleared hat. Ist das auch möglich? Einfach mal so gesäubert, klar. So nebenbei. Das kann, äh, wenn es durchaus sein. Ach, hallo. Null. Ey, Seite von Punkt Komma Null. Ich habe eine Stimme gehört, eine Fremde. Ja. Oh, ja. Achtung. Gute Idee, Luzi. Na, Achtung, da ist ein Spieler. Ei, ei, ei. Tot? Klärt mich auf. Luzi. Spieler im Haus. Luzi, guck. Ja, lebt der Spieler noch? Warte, ich guck gerade. Scheint tot zu sein, oder? Zombie, pass auf. Die Laufel liegt auf jeden Fall in der Luft. Das ist gut. In welchem Haus? Ja, hier drin. Warte, ich guck, warte. Ich geh hin, warte, bleib da. Tot. Alles klar. Zombie, Alter. Wo denn? Weiß ich nicht, irgendwo. Patrick, hinter dir, Patrick, hinter dir. Ich kann nix machen. Alter, kümmert euch um die Zombies. Ich kann das nicht. Ich bin am Boden. Ich hab Fracture. Tot. Brauchst du was? Hast du, ähm, Luzi, friendly. Der hat aber gleich auf dich geschossen, ne? Ja. Fuck, die Zombies, man. Daniel, mach irgendwas. Ich brauch Sticks. Ja, warte, okay. Und nen Rack. Ich hab Sticks eigentlich dabei. Fuck, wo sind die? Hat der Player hier was dabei gehabt? Ne, ich hab keine Sticks. Hast du Bandagen? Unknown Entity. Ne. Auch keine Bandagen? Ich schau dir mal. Ja, komm. 75 Prozent. Äh. Nur mal kurz ein paar Sticks. Wo sind sie jetzt? Reicht nicht, das muss 100 Prozent sein. Alles klar, dann geb ich dir, äh, warte hier. Oder gehen auch Racks? Ja, haben wir Sticks? Das ist eigentlich wichtiger. Warte, ich hol welche. Ja, hol doch gerade. Hier sind Bandagen, 100-prozentige. Wenn das Spiel nicht immer rumbacken würde. Die sind Bambi. Der kommt ja zu euch rein. Pass auf, Luzi. Hallo? Ja, hallo? Wer bist du? Das ist die gleiche... Ich glaub, das ist die gleiche Stimme. Warst du das gerade eben? Was? Ja, wie der schon... Alter, das ist mir schon mal durch, Daniel. Ja, Alter. Ey, jetzt bitte nicht schießen. Wenn du rauskommst. Ja, nein, ich schieß... Ah, nee. Warst du das da gerade da drin mit der Pumpe? Nee, ist ein anderer Char. Okay, dann komm rein. Alles klar, dann komm rein. Okay. Hat der ein T-Shirt? Ja, er hat ein T-Shirt. Da ist der dritte. Okay. Wir müssen ihn zwingen, dass er das auszieht. Lass ihn mal reinkommen. Oh. Ja, hier ist eben gerade... ...einer ausgerastet. Okay, ähm, du lässt den Loot bitte liegen. Und ziehst dein T-Shirt bitte aus. Wer ist er denn? Das müssen wir mal checken. Ach, das ist Take a Break. Ja, warte mal. Ich kann es irgendwie gerade nicht ausziehen. Okay. Tür? Ja, ich bin das. Oh, kommt der da an... Ei. Anstatt mal was zu sagen, weißt du? Das ist schlimm. Oh nein. Server ist, glaube ich, der auch, ne? Server ist down, ja. Geilstes Spiel ever, Alter. Geilstes Spiel ever. Wie das gleich gerade in die Spinnung hier an die Uwe wird, Alter. Na gut, dann machen wir hier ein kleines Päuschen und wiedersehen tun wir uns. Ach so. Ja. Oder morgen, wir schauen mal. Halt wieder schneiden, ne? Bis dann. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.